Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Spex und wir spielen eine Runde Doom 4 Multiplayer Team Deathmatch. Da sehe ich doch gleich schon den ersten Gegner und schieße schön daneben und werfe meine Granate völlig sinnfrei direkt vor meine Füße. Das war doch mal ein schöner Anfang, würde ich sagen, im ironischen Sinne. Aber ich glaube, wir haben auch gar nicht so viele Gegner. Ja, drei Stück nur. Deswegen bin ich auch in eine laufende Runde reingeworfen worden, weil die eben nur 3 gegen 3 gespielt haben. Jetzt muss ich die erstmal finden, die Gegner. Da. Alter Schwede. Der hat gesessen, würde ich sagen. Weil wenn es 1 wirklich nichts bringt hier in Doom, dann ist es Campen. Macht absolut überhaupt gar keinen Sinn in Doom. Ach was. Krasse Scheiße. Da hat sich der Gegner tatsächlich direkt erstmal die Dämonenruhne gekreilt, ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ist er denn? Ach, da unten wahrscheinlich, ne? Ja. Yeah. Und er ist jetzt natürlich schon der Dämon. Aber auch gut. Das ist also gegnerisch auf jeden Fall. Nein. Hey, das ist mein Kill. Danke. Yo, da hat er mir denn noch mal ein bisschen den Rücken gedeckt, mein Kollege. Sehr nett. Na, wo sind die Gegner jetzt? Wo seid ihr da? So rum. Vielleicht kommt er da oben. Yes. Kommt er. Oh. Habe ich mich selber nur angehittet. Werden hier die Kills vor der Nase weggenommen am laufenden Band, habe ich das Gefühl. Aber gut. Man könnte es auch Teamplay nennen. So, ein bisschen aufmunitioniert. Aufgerüstet. Jetzt muss ich nur noch die Gegner finden. Wo sind sie? Na, immer noch drei. Also abgehauen sind sie schon mal nicht. Boah, krasses Ding. Der steht? Jetzt fällt er. Geiles Ding. Und er verblutet dir. Na, der ist auch schon tot. Okay. Noch mehr Rüstung. Oder auch nicht? Ach ja, ich habe ja schon über 50 Rüstung. Dann brauche ich das gar nicht mehr. Wo seid ihr? Oh, das war schön daneben von mir. Böses Ding. Aber ich habe ihn noch. Kam mir auf jeden Fall die Rüstung zugute. Oh, ne Dämonenruhne. Ne Dämonenruhne. Und da ist schon mein Kollege. Toll. Oh. Schön, das Ding. Da hat er direkt von meiner Nase ihn in Einzelteile zerlegt. Da. Na gut. So kann es auch gehen. Ach ja, ja. Der hat wieder dieses Gaussgewehr. Oder wie das auch immer heißt. One Shot. Und die Gegner zerfetzen in ihrer Einzelteile. Das ist einfach zu geil, die Waffe. Sehr schön. Knappes Ding, ey. 12 Gesundheit. Aber es hat ja hingehauen. Ich muss mir nur wieder ein bisschen auffraschen. mit Gesundheit und Rüstung und so weiter. Da. Sehr schön. Ja, jetzt fühle ich mich gleich schon wieder viel besser. Hatte ich doch einen gesehen. Aber der ist irgendwie schon wieder über alle Berge oder tot oder was weiß ich. Oh, Junge. Schön rüstung. Sehr gut. So. Entschuldigung. Ich mache noch ein bisschen der Kälte die Tage. Aber mir geht es schon wieder gut. Nur noch Restbestände. Sehr gut. Und wieder knapp von der Gesundheit her. Aber es hat funktioniert. Da hinten habe ich doch noch was gesehen. Da kann ich... Ey, warum ist der AFK? Na, naja. Dann ist es wenigstens fair. Dann spielen wir ja theoretisch doch mit 3 gegen 3. Wie steht es überhaupt? Ey, 6 zu 9. Sehr geil. Ich bin noch nicht einmal gestorben. Ich war mir gerade nicht ganz sicher. Aber irgendwie dachte ich gerade so, hm, irgendwie bin ich bisher flawless. Mehr oder weniger. Ja. Oh, aua. Aber, ja, hat geklappt. Sehr geil. Schöne Streak auf jeden Fall bis jetzt. Ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber das musste mal gesagt werden. Ist halt eine ruhige Lobby jetzt mal verhältnismäßig. Oh, da ist jemand abgehauen. Oh, jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Ja. Rage Quit. Rage Quitter. Was soll's. Da kann man nichts machen. Das ist eh gleich vorbei. 15 Sekunden. Aber auf jeden Fall eine schöne Runde gewesen, würde ich mal sagen. Bis jetzt. Auch wenn sie recht ruhig war. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Schöne Streak konnte ich ganz entspannt hinlegen. Drei. Zwei. Eins. Ja. Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Aber da die Runde jetzt relativ kurz war. Und ich da ja mitten reingeworfen wurde in das laufende Spiel. Würde ich sagen. Ich denke mal, ich versuche jetzt gleich nochmal in dieser Lobby, falls da noch genug Spieler vorhanden sind, noch eine Runde zu starten. Und wenn nicht, dann suche ich mir eine neue Lobby. In dem Sinne würde ich sagen, bis gleich, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Zwei. Eins. Erobere und sichere die Zonen zum Extrahieren. So, Leute. Wir sind wieder weg am Start. Ich konnte leider in meiner vorherigen Lobby nicht weiterspielen, da wir nun auch irgendwie drei oder vier Leute maximal waren. Jetzt habe ich eine Lobby gefunden, nach langem Suchen, mit insgesamt sechs Leuten wenigstens. Yeah. Oh, das war nur ein Assist. Ich dachte schon, ich habe den jetzt weggehauen, aber egal. Ja, deswegen habe ich mir eine neue Lobby geholt. Von daher. Drück mir den Daumen, dass das etwas wird. Oh, Alpha verloren. Und da, da ist er. Jo, das geht doch schon mal gut los. Oh, eine neue Zone kommt. Zone, nicht Sohne. Die neue Zone. Die grab ich mir gleich mal. Oh, knappes Ding. Ganz knappes Ding. Da habe ich wirklich mal versucht, taktisch um die Ecke zu laufen, um ihn zu verwirren. Und das hat zum Glück gerade so eben noch geklappt. Oh, Junge. Die Rüstung hole ich mir. Oder auch mich? Doch. Sehr schön. Nein, 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 nein. Was war das denn? Oh, Leute. Oh, wie unnötig. Ich habe das schon gemerkt im Sprung. Oh, so kann man sich auch echt seine Stuts kaputt machen, ne? Indem man wie so ein Vollmongo einfach da reinspringt. Schön in die Lava zu springen. Ja, super. Besser geht es natürlich nicht. Oh, Mann, oh, Mann. Peinliches Ding. Oh, Junge. Dämonenruhne. Kriege ich die vielleicht mit ein bisschen Glück? Yeah, sieht gut aus. Und Bats, Alter, bin ich der Baron. Wo seid ihr? Da. Nein, hat er mir geklaut. Aber da muss noch einer sein irgendwo. Töte ihn nicht. Das ist mein Kill. Da. Ich schnapp dich. Ich schnapp dich. Ich schnapp dich. Komm, sag mal. Jetzt aber. Oh, meine Fresse. Der war aber schnell unterwegs. Mh, lecker, lecker. Erstmal Kopf essen. Was macht... Der hat sich selber umgebracht, der Vollidiot. Den nehme ich mir noch. Zack. Knarr. Mh, lecker. Kann ich mir seine Waffe jetzt nehmen? Ja, Mann, kann ich. Komm her, komm her, komm her, komm her. Wo seid ihr jetzt? Da ist er doch. Komm. Da hinten jetzt. Oh Gott. Und Alpha verloren. Wie geht das? Wo ist er? Komm her. Kommt alle zurück. Da kommt auch einer. Der hat schön gesessen, würde ich sagen. Das ist jetzt, glaube ich, auch mein einziger Tod. Mein eigener gewesen, ne? Hey, Alpha verloren. Wer oder was schießt da? Ich hatte doch gerade kein gutes Gefühl bei der Sache. Wow, Assist. Danke, Freund. Danke, danke, danke. Puh, der hat mir nochmal den Arsch gerettet. Komm um die Ecke. Komm um die Ecke, mein Kleiner. Schön daneben geschossen, aber trotzdem noch weggeballert. Die Gegner, geil. Na. Wartet ihr hier oder seid ihr feige und lauft weg? Ja, ihr seid feige und lauft weg. Was? Ich habe doch gerade meinen Schuss gesetzt gehabt. Ja, geht doch. Immerhin. Jetzt müssen wir auch mal wieder die Zonen sichern. Oder die Dämonenruhne krallen. Na, ist mein Kollege schneller? Ich glaube, ja. Ja, ist er. Oh. Nicht mein Kollege, sondern, äh, ja. Der Gegner war schneller. Jetzt nehme ich jetzt mal B ein. Jetzt nimmt ihr sowieso irgendwie kein Schwein. Eingenommen und gleich wieder geflüchtet. Oh, die Rüstung. Da kann ich jetzt nicht Nein sagen. Auch wenn ich den Gegner gerade gesehen habe, links. Und jetzt springe ich hier nicht wieder gleich in die Lava rein. Nein, 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 nein. Nicht so, mein Freund. Hier war doch irgendwo noch einer. Hier war doch irgendwo noch einer. Na, jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Gehen wir mal zu A. Nehmen es ein. Na, die Rüstung, die Rüstung, die brauchen wir jetzt nicht links. Ich habe über 60. Hey. Wer nimmt hier Bravo ein? Barts in your face. Barts in your face. In your face. Na, dann gehen wir hier jetzt auch nochmal hin. Gucken, wo die Gegner sind. Hey. Das ist nicht dein Ernst. Geht doch. Oh, ne, 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 ne. Kommst du hier raus? Kommst du hier raus? Nein. Komm raus. Oder auch nicht. Na, komm jetzt nochmal durch. Komm schon. Tu's. Geh hier durch. Tu's. Na, dann halt nicht. Dann komme ich halt. Barts in your face. So. Da unten. Da ist einer. Yeah. Sehr geil. Ey. Oh, Junge. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Alter Schwede. Ja, ich glaube, ich bin... Ich kann es jetzt, glaube ich, gar nicht sehen. Aber ich glaube, ich bin erst ein einziges Mal gestorben. Also, bis auf meinen eigenen Dummkill... Äh, das, den ich hingelegt hatte. Wo ich in die Lava gesprungen bin. Sag mal, stirb. Geht doch. Jo. Ich würde mal sagen, das war eine richtig geile Runde. Einmal gestorben aufgrund von Dummheit. Einmal gestorben. Einfach ganz normal. Richtig fette Runde, würde ich mal sagen. Ich checke jetzt auf jeden Fall gleich nochmal die Stats aus. Ja, nices Ding, Alter. Erster Platz geworden. Ja. Vier verteidigt und 15 Kills. Ey, wenn das mal nicht eine fast 15er Killstreak war. Wenn ich mich nicht einmal dumm selber getötet hätte, indem ich in die Lava gesprungen bin. Aber von daher war eine richtig nice zweite Runde. Freut mich sehr, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wird mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit am Start seid. In dem Sinne sage ich, hoffentlich bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.